Es war ein einfacher Job. Ich kam, sagte, ich sei der Eintreiber des Fischers, und schon lag das Geld auf dem Tisch. Ich habe mich echt nicht überarbeitet, saß die meiste Zeit im Hinterzimmer des Fischladens und spielte Karten mit Brünhilsen und Stürker. Obwohl Brünhilsen ständig mogelte und Stürker unablässig davon redete, wie wahnsinnig effektiv seine Rottweiler seien. Ich langweilte mich, hatte keinen Bock, aber das Geld floss, und mit ein paar weiteren Expedierungen sollte ich in einem Jahr in der Lage sein, die Behandlung zu bezahlen. Natürlich konnte ich nur hoffen, dass das rechtzeitig genug war. Außerdem gewöhnt man sich an das meiste, sogar an den Gestank von Fisch. Eines Tages kam der Fischer und sagte, er habe einen etwas größeren Job für mich, der sowohl Diskretion als auch eine feste Hand erforderte. Der Typ kauft seit Jahren Speed bei mir, sagte er, und da er weder ein Freund noch ein Verwandter oder Angestellter ist, habe ich ihm immer mal wieder Kredit gegeben. Er hat nie irgendwelche Probleme gemacht, aber jetzt ist er im Verzug. Es ging um Kosmos, einen älteren Typen, der an einem Tisch im Güllfisken Speed dealte. Das Güllfisken war eine alte Hafenkneipe mit grau verschmierten Scheiben und nie mehr als drei oder vier Gästen. Kosmos ging regelmäßig nach demselben Muster vor. Der Kunde kam herein und setzte sich an den Nachbartisch, der immer unbesetzt war, weil Kosmos seine Jacke über einen Stuhl gehängt und eine aufgeschlagene Zeitschrift auf den Tisch gelegt hatte. Er selbst löste direkt daneben Kreuzworträtsel aus Zeitungen und Zeitschriften. Es ging das Gerücht, dass er zweimal norwegischer Kreuzworträtselmeister der Zeitschrift Jemmet geworden war. Der Kunde legte einen Umschlag mit Geld in die Zeitschrift auf dem Tisch und ging aufs Klo. Und wenn er zurückkam, war statt des Geldes Speed im Umschlag. Es war noch früh am Morgen, als ich das Lokal betrat. Wie stets waren nur drei oder vier andere Gäste dort. Ich nahm zwei Tische von dem alten Entferntplatz, bestellte einen Kaffee und schlug in einer Zeitschrift eine Kreuzworträtselseite auf, kratzte mich mit dem Bleistift am Kopf, beugte mich vor. Entschuldigung, ich musste Kosmos zweimal ansprechen, bis er den Kopf hob und von seinem eigenen Kreuzworträtsel aufblickte. Er trug eine Brille mit orange getönten Gläsern. Kann sie mir helfen? Ich brauche ein anderes Wort für Außenstände. Acht Buchstaben, der erste ein S. Schulden, sagte er und senkte den Blick. Natürlich, danke. Ich tat so, als trüge ich das Wort ein und wartete einen Moment, trank einen Schluck von dem entfernt an Kaffee erinnernden Getränk, räusperte mich. Ich will Sie ja nicht stören, aber könnten Sie mir vielleicht auch beim nächsten Wort helfen? Fänger mit sieben Buchstaben. Die ersten beiden F und I. Fischer, antwortete er, ohne aufzublicken. Ich sah aber, wie er zusammenzuckte, als das Wort über seine Lippen kam. Und noch ein letztes Wort, sagte ich. Werkzeug, dieses Mal sechs Buchstaben. Es beginnt mit H und hat in der Mitte zwei M. Er schob sein Kreuzworträtsel weg und sah mich an. Sein Adamsapfel fuhr in seinem unrasierten Halsaufzug. Ich lächelte bedauernd. Wissen Sie, die Abgabefrist für das Kreuzworträtsel läuft heute Nachmittag ab. Ich muss jetzt leider etwas erledigen, bin in zwei Stunden aber wieder zurück. Ich lass die Zeitschrift hier liegen. Vielleicht könnten Sie die Antworten, die Ihnen einfallen, einfach eintragen.